so willkommen zurück neuer tag neuer shop ich würde sagen wir gucken auch gleich direkt rein aber kurz in eigener sache ihr seht wer mit 295 abonnenten heißt es fehlen noch fünf abonnenten dann kommt unten schon die vierte zahl dazu vom pacif code und damit steigt natürlich auch die wahrscheinlichkeit dass ihr den code eher knackt also gerne abonnieren wenn ich euch weiterhelfen konnte bisher würde mich supporten ihr kriegt natürlich schneller den code heißt der dritte gewinner steht schneller fest also wenn noch kein abonnent ist gerne abonnieren wenn du genauer wissen willst wie das mit dem gewinnspiel in anführungszeichen gewinnspiel abläuft unten in der video beschreibung habe ich ein extra video gemacht wo ich mich einmal vorstelle und auch wo ich erkläre wie das genau mit dem pacif code funktioniert so alle anderen abonnenten gerne den like button vergewaltigen gerne kommentieren und jetzt gehen wir auch direkt rein in den shop so wie ich gesagt habe jetzt kommen jetzt langsam die essen skins rein und er ist immer ganz chillig der pizza pyjama mit dem ja gut das ist das accessoire naja naja wenn es jetzt eine maus wir können es verstehen aber da ganz ehrlich da hätten sie echt weglassen können warte mal da gibt es noch wie oft passiert mir das noch kauf gängig machen irgendwann krieg ich die wibachs nicht mehr zurück auf einmal dunkler einmal heller käse naja naja dazu auch die passende passende spitzhacke die pizza schlitzer bzw pizza messer natürlich genau passend zum skin sieht man ja in den griffen so wie hört sich es an so gut wie hört sich auch ein pizzaschneider an also ich habe mit pizzaschneider noch nicht gegen baum gehauen so dann haben wir weiter das reisende paket wo einmal drin ist das emote wo die das schild hochhalten und dann der rasende ansturm gott wie die guckt bei der läuft dort wie ein psycho jungen 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 was für drogen hat die genommen aber die oberweite schön herum schaukeln so schnell weg da so dann zogodon der schöne aliens skin der mir persönlich aber nicht so gefällt dazu die passende spitzhacke so das war das dann haben wir hier wieder die ganzen dc sachen einmal die katzen krallen kurzer effekt wie gesagt nichts besonderes dann der bergleiter ist immer noch drin ich denke mal der bleibt erst mal drin die nächsten paar tage ein bisschen was bleibt immer von batman event drin nehme ich mal an ich vermute ich dass da noch irgendwas größeres kommt dass das noch nicht war was es geht so und so betrifft so dann der peitschneed ja gibt es mir so einmal noch ruf mich an ruf mich an so das habe ich ja schon ich finde es halt einfach episch gut ich weiß nicht bei dem skin die guckt echt schon ein bisschen crazy die ganze zeit so dann die musik ich musste mir sie holen kindheitserinnerung man kennt ihn so und noch catwum comic outfit wie da habe ich ja gesagt gefällt mir insgesamt überhaupt nicht und das gesicht passt irgendwie einfach nicht weiß auch nicht warum so vom kostüm her ja aber ja von hinten ja aber von freunden absolut nicht diese drille ich weiß nicht sieht aus wie sind keine ahnung billige kopie dazu das passende rücken accessoire das sieht eigentlich recht nice aus aber passt natürlich eigentlich nur zu dem skin oder wenn ihr noch einen anderen schwarzen skin habt wo eventuell ein bisschen rosa mit drin ist aber ansonsten aber es gehört halt zu dem ganzen paket also ihr könnt nicht das rücken accessoire einzeln kaufen dann hat mir das dann ist tao wieder da den skin finde ich eigentlich recht nice also ohne quatsch den kann man sich ruhig gönnen sieht fresh aus nicht übertrieben und halt nicht so 08 15 so dann haben wir faktal punkt fraktal punkt auf die anmelde zuerst beziehungsweise immer noch denn 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 wie immer immer mehr sport gucken so dann gucken wir weiter dann haben wir die stachelige streiterin hat ja ich bei den trading karten tausendmal gezogen ich kann diese trummer echt nicht mehr sehen so dann haben wir noch ein neues emote nämlich pizza party ahja kann man mal so machen ja jetzt kommen nur noch so essens gedörnt wahrscheinlich und dann haben wir still heimlich alle diese dds skin der psycho oder original psycho so dann haben wir noch die lama glocke ok das sieht bei demchen doch voll krank aus überhaupt nicht übertrieben sie hat spaß so das war es halt schon wieder mit dem shop wie gesagt wenn euch irgendwas gefällt gönnt es euch aber übertreibt es halt nicht und wie gesagt wenn du noch kein abonnent bist aber schon öfters mal da warst lasst gerne mal ein abo da damit wir von denen endlich mal von den 80% wiedergabezeit von nicht abonnenten weg kommen in dem sinne würde ich sagen haut rein und bis zum nächsten mal so